Hallo zusammen, so ich möchte jetzt mal auf ein oder zwei Kommentare antworten, die ich unter meinem Paradigmenwechsel Teil 3 Video hatte. Das bezieht sich natürlich auch auf diese Thematik, das heißt, wer sich bisher noch nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, der kann mir jetzt wahrscheinlich nicht so ganz folgen, aber es ist eine gezielte Videoantwort auf diese Kommentare, die ich hatte. Und zwar wurde dann gesagt, das wäre ja, was ich da erzähle, das ist ja diese NWO, New Age Gleichschaltungsagenda. Alle müssen sich vermischen, es gibt keine Unterschiede, alles ist gleich, alles ist eins. Ja, das ist Quatsch, das meine ich nicht. Das ist nämlich dualistische Esoterik oder dualistische Spiritualität, von der ihr da spricht. Das hat aber mit Holismus, also mit Ganzheitlichkeit, gar nichts zu tun. Das Problem ist nur, dass dieses New Age Zeug und auch diese dualistische Spiritualität, dass sie natürlich Anteile dieser ganzheitlichen Theorie enthält. Und deswegen, wenn man dann was von Ganzheitlichkeit hört, denkt man natürlich zuerst, auch man denkt mit seinem dualistisch geprägten Verstand ja darüber nach, und dann denkt man natürlich erst, oh, das ist NWO Gleichschaltungsagenda, was erzählt ihr uns da? Aber Leute, ich beschäftige mich seit so vielen Jahren damit, auf die Falle falle ich nicht mehr rein. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist auch nicht das, was ich euch hier versuche zu vermitteln. Das geht wesentlich tiefer. Und es ist halt auch ein bisschen schwierig, das zu verstehen, weil wir sind ja dualistisch geprägt. Weil diese Prägung, die haben wir schon seit so vielen Generationen, haben wir die quasi ererbt. Die kann man in einer Generation eigentlich gar nicht abschütteln. Und bei mir hat das auch sehr lange gebraucht, bis ich da irgendwie mal geistig zumindest rausgehen könne. Was nicht heißt, dass ich es schaffe, mich immer genauso zu verhalten, weil wir ja in einer dualistischen Welt leben. Aber was ich hier versuche zu entwerfen, ist ein theoretisches Modell, eine Vision. Das heißt nicht, dass das ein Lösungskonzept für all diese Probleme ist, die wir jetzt haben. Das wäre ja völlig verrückt, das anzunehmen. Aber es ist ein theoretisches Modell, wie es funktionieren könnte. Wenn man zumindest nicht mal theoretisch eine Lösung hat, auf die man sich vielleicht in kleinen Schritten zubewegen könnte, dann hat man ja auch gar kein Ziel, sondern reagiert immer nur auf die Angriffe des Systems oder auf die Angriffe der NWO oder sonst was. Aber hat überhaupt gar kein Ziel, auf das man sich zubewegt, sondern muss immer nur reagieren, anstatt dass man agieren könnte. Also, kommen wir mal auf diesen New Age Kram zurück. Oh, ich habe ja einen Totenkopf offen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt dann über den Totenkopf lästern. Egal. Also, kommen wir mal auf diesen New Age Kram zurück. Also, zum Beispiel dualistische New Age Esoterik Brüschit. Erkennt ihr zum Beispiel daran, an dieser Aussage, alles ist eins, alle sind gleich. Das ist nicht richtig. Das ist zum Teil richtig. Wenn man das dualist, das ist eine dualistische Aussage, weil sie nur die eine extreme Hälfte des polaren Gegensatzes beleuchtet, und zwar den der Verbundenheit. Natürlich sind wir nicht alle eins und gleich. Wir sind alle verschiedene Individuen. Das ist auch gut so. Das wäre ja auch sonst grauenvoll, wenn wir alle gleich wären und unsere individuellen Unterschiede verlieren würden. Darum geht es überhaupt nicht. Individualität ist ein hohes Gut. Aber das ist halt nur auf der grobstofflichen Ebene so. Auf der feinstofflichen Ebene sind wir alle miteinander vernetzt. Das kann man ja mittlerweile auch messen und durch Quantenphysik, Quantendynamik, Quantenverschränkung auch beweisen. Und der Zustand der Vernetzung und der Zustand der Individualität, diese Zustände existieren parallel zueinander gleichzeitig, ohne miteinander zu konkurrieren. Und jeder, der nur das eine beleuchtet oder das andere, ist immer noch in diesem dualistischen Denken drin und spricht folglich allerhöchstens eine Halbwahrheit aus. Das ist ja das Gefährliche mit diesem New Age-Zeug. Sie nimmt sich wahre Anteile und setzt die in einen falschen Kontext. Das sind halt wieder alles nur Halbwahrheiten. Wir sind nicht alle eins. Natürlich nicht. Wir sind ein großes Kollektiv, die Menschheit. Das besteht aus ganz vielen individuellen verschiedenen Anteilen. Und man kann dieses Kollektiv auch nicht ohne weiteres durchmischen. dadurch haben, weil sich durch die dualistische Prägung, die wir seit Jahrhunderten haben, viel zu gravierende Unterschiede kulturell, religiös und weltanschaulich gebildet haben, als dass eine Durchmischung, wie sie uns jetzt von der linksgrünen Regierung irgendwie immer verkauft wird, ohne weiteres funktionieren würde. Ich bin ein großer Kritiker von unkontrollierter Migration. Gerade wenn es Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen sind, dann funktioniert das einfach nicht, weil die ganz andere Wertesysteme haben, die mit unserem Wertesystem automatisch kollidieren müssen. Und das bedeutet nicht, dass eines von diesen Wertesystemen irgendwie besser oder schlechter ist als das andere. Die harmonieren nur nicht miteinander. Und das muss man akzeptieren. Der Grund, warum sie nicht miteinander harmonieren, ist, dass jeder dieser Menschen in diesem Wertesystem auch dualistisch geprägt ist. Und natürlich nur sein Wertesystem als absolute Gültigkeit zulässt. Weil der dualistische Verstand nicht begreifen kann, dass ganz viele verschiedene Wertesysteme parallel zueinander existieren können, ohne sich gegenseitig zu bedrohen, wenn man aufhört, daraus so einen Allmachtsanspruch abzuleiten. Sowohl unser Wertesystem hat eine Gültigkeit, als auch das Wertesystem von irgendeinem Islamisten hat eine Gültigkeit. In dem eigenen Kulturkreis. Solange es niemand anderem schadet. Ansonsten muss man das einfach ablehnen. Wenn es übergriffig ist, muss man es ablehnen. Wenn es nicht übergriffig ist und niemand anderem schadet, dann darf das doch durchaus Bestand haben. Das heißt aber nicht, dass das mit allem harmoniert. Das ist ja auch nicht das, wovon ich hier rede. Da muss man aufpassen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das gut genug erklärt, aber offensichtlich nicht gut genug. Deswegen jetzt nochmal im Detail. Was zum Beispiel auch noch ein weiterer großer Tugschuss ist, das ist, wenn, woran ihr dualistische Spiritualität zum Beispiel erkennt, die halt auch nicht funktioniert, ist, wenn man sagt, das Ich oder das Ego, das ist falsch, das ist Illusion, das muss komplett weg sein. Das ist auch nur eine Halbwahrheit. Das Ich ist genauso wichtig wie das Wir. Das Ich, die Individualität, ist die eine Hälfte des Extrems, das Wir ist die andere Hälfte des Extrems. Und in der Mitte liegt wie immer die Wahrheit. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. In der Mitte liegt die Kraft. Da liegt das hauptenergetische Potenzial. Das liegt immer in der Mitte. Wenn man sich mal die Welt so anguckt, dann kann man das erkennen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns alle durchmischen sollen und alles in Gleichmacherei enden soll. Das ist NBO-New-Age-Bullshit. Damit hat das, was ich erzähle, nichts zu tun. Sonst wäre es ja auch nichts Neues. Für wie blöd haltet ihr mich? Jetzt mal ganz im Ernst. Das habe ich schon vor vielen Jahren irgendwie erkannt, dass das nicht der Weg ist, weil das nur eine Halbwahrheit ist. Woran ihr Sachen erkennen könnt, die keine Halbwahrheiten sind, das sind die Dinge, die beide Wahrheiten zulassen. Zum Beispiel das mit der Individualität, die körperliche Individualität, die Einzigartigkeit, die wir haben, die auch wichtig ist, die ich auch auf jeden Fall behalten möchte. Ich möchte nicht irgendwie in einer gleichgeschalteten Welt leben. Die ist genauso wahr wie die feinstoffliche Vernetzung, die wir alle haben. Die ist auch wahr. Das sind beides Wahrheiten, die parallel zueinander, also in Superpositionen existieren. Das ist ein bisschen komplex, das zu begreifen. Das weiß ich, weil wir dualistisch immer noch sagen, es gibt immer nur das eine oder das andere, aber beides gleichzeitig geht nicht. Aber wir können nicht entweder oder sagen, wir können nur uns sagen. Denn so ist das Leben. Das Leben besteht aus ganz vielen Polaritäten, die nebeneinander gleichzeitig existieren und mit anderen Polaritäten in Wechselwirkung stehen. Ultra komplex und wundervoll in seiner Komplexität. Und diese Komplexität kann man nicht einfach wegnehmen. Aber eine ganzheitliche Weltsicht würde diese Komplexität endlich einmal zulassen. Das ist ja das Problem. Dass eine dualistische Weltanschauung diese Komplexität nicht zulässt. Und deswegen haben wir ja die ganzen Probleme, die wir haben. Das Problem ist nur, das ist natürlich, ganzheitliche Lehren sind total alt. Was das angeht, lohnt es sich mal mit der Hermetik zu beschäftigen. Die Hermetik ist etwas, was mich überhaupt erst dazu befähigt hat, das, wovon ich jetzt erzähle, zu verstehen. Und zwar das Gesetz der Polarität. Das ist, was das angeht, sehr wichtig. Da wird nämlich gesagt, gleich und ungleich ist dasselbe. Richtig und falsch ist dasselbe. Es sind beides nur Extreme des einen Pendels, was in verschiedene Richtungen schwingt. Das muss man einfach mal verstehen. Und da setzt der Verstand aus und sagt, ja, wie gleich und ungleich ist dasselbe. Ist doch Quatsch. Aber das sind Polaritäten. Das sind Polaritäten. Das ist einfach im Leben so. Das Leben ist nicht so, man kann das Leben nicht einfach in so stumpfe schematische Raster pressen, wie wir das immer machen. Und genau das ist ja die Täuschung, die ich versuche gerade so ein bisschen, euch zu helfen, dass man das so ein bisschen aufknacken kann. Denn durch diese Täuschung sind wir überhaupt erst manipulierbar. Durch diese Täuschung funktionieren nur diese ganzen Systeme, die uns scheinbar gefangen halten. Durch diese Täuschung begeben wir uns selber in die Gefangenschaft dieser Systeme. Weil wir immer noch diese Ja-Nein-Logik, diese dualistische Logik im Kopf haben. Aber das ist falsch. Und es gibt ganz viele spirituellen Pseudolehren oder esoterischen Pseudolehren, die einfach nichts anderes machen, als dieses dualistische Prinzip zu verstärken. Das ist ja das Problem. Und diese New-Edge-Bewegung ist der größte Bullshit, was das angeht. Da hat man nämlich eine große Halbwahrheit genommen und daraus irgendwie so ein Pseudoreligiöses Ding gemacht. Und damit ganz viele Menschen in heillose Verwirrung gestürzt. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, mal in die Mitte zu kommen. In die eigene innere Mitte zu kommen. Und die auch halten zu können. Unabhängig von diesem Chaos, das gerade um uns herum passiert. Und wir sehen ja zum Beispiel jetzt mit diesem Maskenzwang, dass man versucht, unsere Individualität zu nehmen. Weil wir uns alle, ne, dann alle nur noch, wir sind ja gar nicht mehr individuell mit diesen Masken. Das ist ja ein psychologisches Konzept, was dahinter steckt. Und dagegen kann man sich aber nur effektiv wehren, wenn man den Trick dahinter begreift, dass es natürlich gibt es die Individualität, die ist auch wichtig und die sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Aber die energetische Verbundenheit jenseits der Individualität, die ist ja ein Teil der Individualität. Das ist der andere polare Anteil der Individualität. Der eine polare Anteil ist mein Ich, was auch wichtig ist, was ich auch behalten will. Und der andere polare Anteil ist das große Ganze, das Wir, das ja sogar noch die Biosphäre, Erde und den ganzen Kosmos und alles miteinander einfließt, weil alles mit allem vernetzt ist. Das eine bedroht das andere nicht. Im Gegenteil. Man muss das eine sehen, um das andere zu verstehen und umgekehrt. Sonst funktioniert es nicht. Und das ist ja genau das, was ich versuche zu vermitteln. Und deswegen danke ich nochmal für diese kritischen Kommentare, die da kamen, die sagten, ey, das ist ja New Age Gleichschaltungsagenda, was du da erzählst. Dass ich da jetzt nochmal im Detail drauf eingehen kann. Weil ich dachte, ich hätte diesen Unterschied deutlich genug gemacht, aber das habe ich offensichtlich nicht gemacht. Ich werde das auch nochmal in Textform nochmal ausarbeiten und nochmal in den Kanal legen. Nochmal ein spezielles Kapitel, nur über darüber. Weil das habe ich offensichtlich nicht deutlich genug hervorgehoben. Ich hoffe, das ist mit diesem Video jetzt ein bisschen klarer geworden. Und danke für die kritischen Kommentare. Nur so kann man wachsen und dran arbeiten. Alles klar. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden. Und für alle, die sich bisher noch nicht mit der Ganzheitslehre oder einem Paradigmenwechsel wieder aussehen, könnt ihr befasst haben, empfehle ich meinen Telegram-Kanal. Ihr könnt ja das alles chronologisch durchlesen, was ich die letzten Jahre erarbeitet habe. und ich bin dabei, das Ganze jetzt auch nochmal alles vorzulesen. Und diese Videos findet ihr sowohl hier auf YouTube als auch auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir da gemeinsam, man kann den Telegram-Kanal übrigens auch alles kommentieren und diskutieren. Und das ist wichtig, weil man kann sich ja nicht irgendwie alleine hinsetzen und sich ein Weltbild aus dem Hut ziehen. Das ist ja Quatsch. Aber man kann zum Beispiel zumindest ein theoretisches Modell einfach mal vorschlagen und zur Diskussion stellen. Und genau das mache ich ja mit den Sachen. Ich stelle das zur Diskussion, zur Debatte. Weil ich bisher noch keinen Fehler innerhalb dieses Modells gefunden habe. Und ich habe mir das sehr kritisch und viele Jahre lang angeguckt, bevor ich damit jetzt irgendwie rausgehe. Aber ich finde es total wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles sich so überschlägt, dass wir da vielleicht geistig zumindest mal daraus aussteigen können. Deswegen mache ich das jetzt ja gerade. Auch wenn es doch nicht fertig ist. Okidoki. Ich wünsche euch was und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.